Musik Schülerinnen und Schüler der HLW Sozialmanagement der Caritas Graz absolvierten ihre Pflichtpraktika in sozialen Einrichtungen im europäischen Ausland. Im Mittelpunkt standen das Erlernen fachlicher Kenntnisse über Gesundheits- und Sozialsysteme in Europa sowie die Erziehung zu Offenheit und Verständnis gegenüber anderen Kulturen und Ländern. Musik Schülerinnen und Schüler der HLW St. Veit an der Glan absolvierten ihr Pflichtpraktikum in verschiedenen Gastronomiebetrieben Europas. Die Begünstigten hatten im Rahmen des Projektes die Möglichkeit, internationale Erfahrungen in der Praxis zu sammeln und die Vielfalt Europas hautnah kennenzulernen. Musik Mit sprachlicher, fachlicher und persönlicher Kompetenz auf der Überholspur zum Erfolg. Unter diesem Motto absolvierten die Schülerinnen und Schüler der Kerntner Tourismusschule ihre Auslandspraktiker in Europa. Das Projekt leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Internationalisierungs- und Kooperationsstrategie der Schule. Musik 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 Musik